Hallo Leute, heute wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ob der Mindel-Hype gerechtfertigt ist und ob sogar eine Scam-Gefahr besteht. Ja Leute, ich denke wir müssen mal wieder reden. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal über so ein paar sehr aufstrebende Projekte berichtet. Sehr, sehr negativ sogar und die haben sich dann sogar im Nachhinein als Scam herausgestellt. Heute wollen wir uns mal wieder so ein Projekt anschauen. Dieses Mal geht es um den CoinMindel. Das ist ein, ja man kann sagen ein No-Name-Coin, der von heute auf morgen in die Top 11 von CoinMarketCap aufgestiegen ist. Und ich denke da haben sich viele schon gefragt, ist das jetzt ein Kandidat, wo man rein investieren sollte oder besteht dort eine riesige Scam-Gefahr, also der Totalverlust eurer Coins. Heute möchte ich mit euch gemeinsam auf das Projekt schauen. Was hat das Projekt vor? Was hat es schon geleistet? Wie sieht das aus mit der Firmenstruktur? Also ist es überhaupt eine Firma, wenn ja, wo sind die? Da wollen wir uns einfach mal so ein paar Informationen anschauen und vielleicht finden wir ja dadurch mehr über das Projekt heraus. Aber so ganz grundsätzlich gilt, wie auch bei BitClub Network, wie auch bei Hashflare und diesen ganzen anderen sehr, sehr seltsamen Projekten, sage ich mal ganz vorsichtig, passt einfach ein bisschen auf. Aber ja, wir werden uns das jetzt erstmal ganz in Ruhe anschauen, ohne Vorurteile und danach könnt ihr euch gerne eure eigene Meinung dazu bilden. So, wir haben viel vor uns, aber ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal mit den Basic Facts an. Ja, Mindl ist ein Ether-Token, also ein Coin, beziehungsweise eine Kryptowährung, die auf der Ethereum-Blockchain basiert. Es gibt insgesamt 240 Millionen der Tokens, die haben die Abkürzung MIN, also M-I-N. Außerdem haben wir eine Marktkapitalisierung von 730 Millionen Euro und ein Volumen in den letzten 24 Stunden von über 3 Millionen Euro. 170 Millionen der Tokens sind aktuell im Umlauf, also noch nicht alle. Außerdem, wenn wir auf den Chart schauen, dann sehen wir, dass der in letzter Zeit eine ziemliche Rallye hingelegt hat. Wir sind hier von ungefähr 20 oder 16 Cent, ja sagen wir mal 20 Cent, auf 4 Euro und 28 Cent gestiegen. Das ist eine ganz ordentliche Kursentwicklung, da kann man schon sagen, dass der ordentlich nach oben gepumpt wurde, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Kann man schon sagen, dass der in letzter Zeit eine ordentliche Kursrallye hingelegt hat und da ordentlich Geld geflossen ist. Theoretisch wäre dieser Coin Platz 14 auf CoinMarketCap. Ich hatte im Video am Anfang gesagt, in der Top 11, tatsächlich hat er die letzten Tage, beziehungsweise gestern, als ich hier so ein bisschen die Recherche angefangen habe, da war der bei 850 Millionen, das war tatsächlich gestern, jetzt sind wir nur noch bei 729 Millionen. Gestern wäre er, glaube ich, ja hier sogar Platz 12 wäre er gewesen, genau. Jetzt ist er aber mit 729 Millionen Platz 15. Ja, aber vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, hier steht Rang 201 und nicht Rang 15. Das ist schon ein bisschen komisch, trotz der hohen Marktkapitalisierung rankt CoinMarketCap diesen Coin, beziehungsweise diesen Token nicht richtig ein. Wir klicken hier mal hin, this listing is not eligible for normal ranking. Okay, das ist auf jeden Fall komisch und dann verweist CoinMarketCap auf die Listings Criteria, also auf die Listing Kriterien. Ja, und im Großen und Ganzen steht da drin, dass dieser Coin mehr oder weniger von ein paar Leuten gemeldet worden ist und aus diesem Grund hat sich CoinMarketCap überlegt, dass die dem Coin nicht so eine hohe Sichtbarkeit verleihen wollen, wenn er noch fragwürdig ist, sozusagen. Die haben nicht gleich gesagt, er ist Scam, weil da müssten sie ihn ja eigentlich auch ganz von der Seite entfernen. Sie sagen einfach, sie verleihen diesem Coin jetzt oder diesem Token jetzt nicht die Sichtbarkeit wie, ich sag mal, Coins, die sich schon bewiesen haben. Und deswegen ist der Coin auf Platz 201 und nicht auf Platz 15. Tatsächlich war dieser Token schon auf Platz 15 und auch schon darüber gelistet. Das Ganze war auch erst vor ein paar Tagen. So bin ich überhaupt auf diesen Token aufmerksam geworden. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich noch nicht mal wahrgenommen, aber ich habe da so gesehen, hey, was ist denn das, ne? Ist ja jetzt übel abgegangen die letzten Tage. Und damit, ja, diesen Coin bzw. diesen Token auch meine Abonnenten richtig einschätzen können, sollte ich mich mal darüber informieren, was macht er. Vielleicht ist er ja auch ein Investment wert von meiner Seite aus und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mich mal darüber informiere, in meinem und natürlich auch in eurem Sinne. Und da gehen wir jetzt auf jeden Fall rein. Komisch ist es schon mal, dass CoinMarketCap eben nicht diesen Token richtig gelistet hat. Das verwundert auf jeden Fall erst mal, weil alle anderen Coins eben auch ganz normal gelistet und gezeigt werden. Ja, schauen wir mal auf die Webseite von Mindel, um hier herauszufinden, was die eigentlich machen. Wir sehen hier verschiedenste Zeichnungen. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Art Manga. Ja, ja, okay, also scheinbar kommen die auch aus, ja, den, sage ich mal, den asiatischeren Gefilden. Das könnte man schon alleine anhand dieser Neigung feststellen. Aber tatsächlich liest man das dann so ein bisschen in der Beschreibung, dass es hier um die japanische Kultur geht oder wie sie es beschreiben, japanische Subkultur. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Auch wenn man hier sich diesen Text über die Company durchliest, dann steht da absolut nichts über die Company drin, sondern eher sowas Allgemeines. Wie groß dieser Markt der japanischen Subkultur, Schrägstrich Anime und Mangas und so weiter ist, dann klickt man auf You More und was passiert? Gar nichts. Das ist überhaupt gar kein Link, das ist nur ein Text. Also, ja, ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. Man will was über dieses Projekt erfahren und liest eigentlich gar nichts über das Projekt selbst, gar nichts über die Firma dahinter. Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr komisch. Ja, hier oben stehen so ein paar Projekte, die wohl von diesem Coin unterstützt werden sollen. Ich habe mich da natürlich schon ein bisschen besser eingelesen. So wird das normal noch nicht sofort verständlich, wenn man nur auf die Seite geht, Projekte, okay, ja, was bedeutet das jetzt? Also, die wollen einen Film drehen. Finde ich auf jeden Fall ganz lustig. Die Beschreibungen sind auch immer sehr, sehr interessant. Erstmal haben sie das schon 2018 angekündigt und dann sind die Beschreibungen immer so kurz. Also, egal auf welches Projekt man draufklickt, man erfährt sehr, sehr wenig über das Projekt selbst und wann das Ganze denn, ja, wirklich umgesetzt werden soll. Hier steht jetzt nur, ja, weltweit in 2020, okay, haben sie jetzt aber auch schon mal in 2018 angekündigt. Also, es liegt alles noch so ein bisschen in der Zukunft, was sie hier ankündigen. Sie gehen nicht konkret darauf ein, auch hier, das ist aus 2018, das soll wohl mal ein Spiel werden, so wie ich das verstanden habe, wo man diesen Token dann wohl auch braucht. Hier steht zum Beispiel drin, if you win the battle, you will receive Min-Tokens from your opponent. Also, man kann sozusagen, ähm, so ein bisschen, ja, spielen mit anderen und kann dann im Gegenzug, wenn man den Gegner fertig gemacht hat, eben diese Tokens bekommen. Ähm, viel mehr ist hier aber nicht beschrieben, nur wer das durchführen soll, ähm, aber alles auf jeden Fall sehr unkonkret. Ähm, hier wollen sie auch noch irgendein Festival mal machen und da wird auch der Token eine große Rolle spielen. Hier steht auch Germany Düsseldorf, ist wohl auch eines der, ja, Standorte, die hier in Frage kommen, ähm, von, äh, ja, diesen Standorten, die hier aufgeführt werden. Also, vielleicht soll das dann auch in Deutschland stattfinden, aber ich finde das alles hört sich erstmal gut an, würde ich sagen, aber es ist sehr, sehr unkonkret. Also, das gefällt mir daran nicht so gut. Entweder wollen sie nicht zu viel verraten, das kann man natürlich als Argument auf jeden Fall, ähm, hervorbringen. Aber, ähm, vielleicht ist es auch einfach nur so schwammig geschrieben, um überhaupt irgendwie einen Sinn, ähm, zu haben für diesen Token, ähm, damit man zeigt, irgendwas ist hier in der Mache und ja, aber alles erst dann mal so in der Zukunft. Finde ich auf jeden Fall, ähm, schon mal etwas komisch. Dann, wenn wir etwas weiter runter scrollen, dann sehen wir hier so, okay, was ist Mindel? Da steht dann nochmal ziemlich das gleiche wie hier oben. Dann nochmal den Punkt, was, äh, können die Holders, äh, von, äh, Mindel tun? In diesem und in diesem Text steht dann sowas drin, wie man könnte sich irgendwelche Sachen kaufen bei Shops, wo die mit kooperieren. Ähm, gut, das gibt es jetzt auch schon bei vielen anderen Kryptowährungen. Dafür bräuchte es so einen Coin nicht. Dann schreiben die zum Beispiel hier, ähm, dass sie, ähm, auch diese Tokens nach und nach zurückkaufen wollen. Okay, das kennt man so ein bisschen vom Binance, äh, Coin. Außerdem so ein bisschen Benefits für Holders soll es auch geben, damit die Leute, ähm, gewillt sind, die Tokens auch zu halten. Das ist aber auch sehr unkonkret. Da wird nicht konkret gesagt, was sie da eigentlich vorhaben. Also alles sehr, sehr allgemein. Ähm, außerdem soll noch Services entwickelt werden, wo man wohl auch, ähm, diesen Token braucht. Das steht hier in Punkt 1, ähm, dass man, also dass die da noch so ein bisschen in der Mache sind. Also, ähm, es wirkt auf jeden Fall so, dass sie eigentlich noch gar nichts Konkretes vorzuweisen haben, dass sie viel geplant haben. Das finde ich auch erstmal überhaupt gar nicht schlimm. Ähm, erklärt aber auf gar keinen Fall den hohen Wert, weil das ist für mich erstmal eine riesige Wette auf die Zukunft. Ist auch alles super schwammig geschrieben. Man kann sich zwar mit viel Fantasie einiges darunter vorstellen, aber was dann wirklich am Ende geschieht, wie erfolgreich das ist, das steht noch sehr, sehr weit in den Sternen. Und dafür, ähm, kann man jetzt schon mal eine kleine Zusammenfassung sagen, ist, äh, für mich zumindest dieser Tokenpreis deutlich überbewertet. Das muss aber jeder am Ende selbst entscheiden. Aber ich sage, dafür, dass die noch gar nichts haben, außer so ein paar Visionen, paar Projekte, die sie angehen wollen, ähm, finde ich das auf jeden Fall, ähm, sehr, sehr krass. Also da gibt es einige, wirklich eine Menge Projekte, StoreJ, Golem und so weiter, die haben schon ein laufendes Produkt. Und da ist der Coin, beziehungsweise der Token, ähm, deutlich niedriger bewertet, obwohl sie schon was vorzuweisen haben. Und da sage ich auch, äh, bringt dieser Einsatzzweck am Ende wirklich das, was sich die aktuellen Investoren erhoffen. Also hat es diesen Effekt, der hier propagiert wird, dass eben der Token dadurch so ganz, ganz wertvoll wird, weil dieser Markt ja so riesig ist, wie es hier auch beschrieben wird. Ähm, da würde ich auch eher sagen, nein. Also das ist maßlos übertrieben, meiner Meinung nach zumindest. Und deswegen, ähm, finde ich auf jeden Fall den Wert schon mal ein bisschen fraglich. Da, wo der Wert, also beziehungsweise der Token so vorher war, hier so bei 21 Cent, ähm, das kann ich dann schon eher verstehen. Dann wäre vielleicht sogar hinter, hinter StoreJ, hinter Golem und so weiter, ähm, damit könnte man noch leben. Wobei auch das für eine reine Wette auf die Zukunft ein bisschen zu hoch gegriffen ist, ganz ehrlich. Da wir jetzt aber noch gar nichts über die Firma selbst erfahren haben, beziehungsweise über die Macher dieses ganzen Projekts, wollen wir auch da natürlich gerne mal drauf schauen, weil was ist so ein Projekt ohne ein Team, was funktioniert, ohne ein Team, was was umsetzen kann. Und deswegen muss man natürlich auch auf die Hintermänner schauen, weil nur Visionen zu verkaufen bringt erstmal gar nichts. Und daran kann man vielleicht auch feststellen, sind diese Ziele tatsächlich realistisch, weil vornehmen kann man sich ja im Endeffekt alles. So, dieser Text ist schon wieder fast eine Kopie von dem, was schon auf der Frontseite steht. Vielleicht ein ganz kleines bisschen anders geschrieben, aber das hat wirklich absolut nichts mit der Firma zu tun, ähm, was hier wieder beschrieben wird. Ähm, hier haben wir zumindest mal eine Adresse, also es scheint eine richtige Firma zu sein. Außerdem haben wir hier ein Gründungsdatum, der 9.06.2018. Merkt euch mal dieses Datum, wir überprüfen das gleich nochmal. Außerdem haben wir hier wirklich eine volle Adresse und wir haben hier eine Limited. Ja, eine Limited heißt erstmal sowas wie eine GmbH hier in Deutschland, also eigentlich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie ist, ähm, in dem Fall, ja, haftungsbeschränkt kann man sagen. Ähm, eine Limited kann auch erstmal jeder gründen, also das ist jetzt nichts Krasses, wenn die, ähm, eine Firma deswegen gegründet haben. Das kann wirklich jeder machen. Ja, außerdem zu dem Team, da sehen wir ganze zwei Leute, mehr nicht, da war ich auch etwas überrascht. Egal welches Krypto-Projekt man sich anschaut, da sind acht, neun, zehn Leute, zum Teil auch wirklich sehr bekannte Leute schon. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man den jetzt wirklich kennt. Ich kenne ihn tatsächlich nicht, vielleicht kennt ihr den ja. Der soll hier ein Hollywood-Producer sein, aber, ähm, dieser Name sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Und den CEO, den kenne ich gar nicht, also so überhaupt nicht. Ähm, für mein Empfinden sind zwei Leute, ähm, die auch unbekannt sind, ähm, ein bisschen dünn für das, was sie sich tatsächlich vorgenommen haben. Aber überprüfen wir jetzt nochmal die Adresse und ob es die Firma wirklich gibt. Ähm, ich habe die Firma einfach mal bei Google eingegeben und da ist mir aufgefallen, okay, sie ist tatsächlich am 6. Juli gegründet worden. Was hatten wir hier nochmal stehen? Neunte, sechste. Hm. Irgendwie passen die Werte gar nicht zusammen. Fand ich auch ein bisschen komisch. Also ich meine, man hätte ja auch einfach dieses Datum, ähm, der Eintragung verwenden können. Das ist hier auf jeden Fall nicht geschehen. Ich weiß auch nicht, auf was sich dieses Datum jetzt bezieht. Meiner Meinung nach gehört da das tatsächliche Eintragungsdatum rein. Das ist hier nicht geschehen. Also haben wir hier zwei gegensätzliche Werte. Ähm, wirkt auf jeden Fall erstmal ein bisschen unseriös. Weiter schauen wir mal, ähm, auf die Adresse. Ich habe genau diese Adresse genommen. Hier, das kann ja jeder machen, Google-Suche. Und dann kommen wir hier hin, ja. Und da sehen wir auch, äh, so diese drei Gebäude hier. Das sind diese drei Gebäude. Ich mache das mal so. Das sind diese drei Gebäude, die ja auch auf dem Bild sind. Zumindest sieht das ein klein wenig so aus. Ähm, die Firma soll hier sein. Komisch, dass dann dieses Bild hier abgebildet wird, wenn die Firma tatsächlich hier sein soll. Und hier steht aber CCM Hong Kong Limited. Hm. Die Firma heißt gar nicht so. Komisch. Also entweder sind die echt gar nicht bei Google eingetragen, aber die Adresse ist ziemlich genau hier und nicht irgendwo hier. Und hier steht auch nichts von dieser Firma. Finde ich auch ein bisschen komisch. Wirkt auch ein bisschen unseriös. Und wirkt ein bisschen so, als wäre das mehr oder weniger so eine Scheinadresse. Wenn sie nicht bei Google auffindbar ist, ist es auf jeden Fall erstmal sehr, sehr komisch. Ja, diese Infos zu der Firma haben mich jetzt nicht mehr von dem Projekt überzeugt, sondern die haben dazu geführt, dass ich noch misstrauischer geworden bin und noch eher sage, dass das eher eine Luftnummer ist, als dass das wirklich hier was super Innovatives und Tolles ist, was man unbedingt besitzen muss. Es geht meiner Meinung nach schon ein bisschen in die Richtung, dass es ein Scam sein könnte, beziehungsweise dass das Projekt einfach nicht erfolgreich sein wird. Vielleicht haben die ja wirklich genau das vor und versuchen das auch so. Vielleicht schaffen sie es sogar, das alles umzusetzen. Aber für mich wäre das jetzt kein Projekt, wo ich auch nur im Ansatz darüber nachdenken würde, dort zu investieren. Es wirkt eher so wie ein total aufgepumptes Konstrukt, beziehungsweise eine total aufgepumpte Währung, die dazu dient, irgendwelche Leute zu dem Projekt zu ziehen und vielleicht sogar auch abzuziehen. Aber das möchte ich jetzt gar nicht unterstellen, so weit möchte ich nicht gehen. Interessant fand ich es auch, im Zuge meiner Recherchen habe ich herausgefunden, dass sogar BTC Echo über dieses Projekt geschrieben hat. Und wir können uns einfach mal das Fazit anschauen. Da steht Vorsicht mit Mindel, ein mageres Team, keine technischen Informationen und notdürftige Ankündigungen gepaart mit unbekannten Exchanges und einem fragwürdigen Use Case legen eine Deutung nahe. Das Projekt hat wenig Substanz. Das würde ich fast 1 zu 1 so unterschreiben. Das einzige, wo ich nicht mit übereinstimmen würde, ist dieses mit unbekannten Exchanges. Wir können da ja nochmal reinschauen. Da muss ich echt sagen, ich weiß nicht, was ist denn dann bekannt für BTC Echo. Also Coinall ist jetzt von OKEX die Schwesterbörse, kann man so sagen. Also die ist nicht unbekannt. CoinTiger kenne ich auch, Bbox kenne ich auch. Also das sind eigentlich Börsen, die man zumindest schon mal gehört hat, wo ich jetzt nicht sagen würde, das sind irgendwie alle Scam-Börsen oder mega unbekannt. Also da würde ich jetzt nicht sagen, nur weil da jetzt nicht Name Binance steht, würde ich jetzt nicht sagen, dass die irgendwie total unbekannt wären oder dass die fragwürdig oder wie auch immer wären. Ja, aber den Rest kann ich total unterschreiben. Mageres Team habe ich auch gesagt. Zwei Leute, beide kenne ich nicht. Ein Team aus zwei Leuten kann man machen, aber bei so einer Größe des Projekts und bei der Bewertung würde ich sagen, das ist auf jeden Fall mager. Keine technischen Informationen. Die haben sogar ins White Paper reingeschaut, wenn man sich diesen ganzen Artikel durchliest. Und da sah es jetzt auch nicht wirklich besser aus. Das hätte auch jedes andere Krypto-Projekt so ins White Paper schreiben können. Also da war nichts Spektakuläres drin. Notdürftige Ankündigung, das ist das, was ich auch zu den Projekten gesagt habe. Da steht irgendwie nichts drin, außer zwei, drei Sätzen. Und ja, das ist wie gesagt sehr, sehr dünn dafür, dass man das so groß verkaufen will. Den fragwürdigen Use Case, ja, fragwürdiger Use Case. Ja, gut, ich meine, das meiste, was hier als Use Case genannt wird, habe ich ja gesagt, Sachen kaufen kann man mit jeder Kryptowährung. Ein Buyback, wie beim Binance Token, ist jetzt auch nichts super Tolles oder nichts super Innovatives, ja. Gibt es beim Binance Coin auch. Benefits für Holder gibt es auch eigentlich fast überall. Nehmen wir mal einen POS oder einen Masternode Coin, da gibt es auch mal Benefits für Holder. Da ist es vielleicht ein bisschen anders gemeint, aber im Endeffekt hält das ja auch die Leute dazu an, diese Coins zu halten und irgendwelche Services zu entwickeln. Für den Token ist jetzt auch nicht mega innovativ und den Markt, den schätze ich jetzt auch ja nicht so riesig ein, wie das hier dargestellt wird. Also würde ich diesen Endsatz, das Projekt hat wenig Substanz, durchaus unterschreiben. Hier wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass es sein könnte, dass es sich hier um ein Pump, ein Dump-System handelt, aufgrund der sehr, sehr krassen Kursbewegungen dort drin. Und deswegen ist hier auf jeden Fall Vorsicht geboten. Man will hier wirklich nicht den Scam unterstellen, wobei man ja das schon auch könnte, aber dennoch würde ich nicht ganz so weit gehen, weil ich die Leute auch einfach nicht kenne. Aber ich sag mal so, um jetzt auch nochmal ein Fazit zu finden, ich fasse nochmal alle wichtigen Punkte zusammen. Ich finde, hier gibt es eine mangelnde Transparenz bzw. Seriosität. Man hat wenig aussagekräftige Projekte und noch praktisch nichts erreicht. Dazu gibt es sogar widersprüchliche Daten. Ich sag nur, die Sache mit der Gründung und die Sache mit dem Gebäude finde ich schon etwas komisch. Außerdem gibt es hier einen starken Kursanstieg, der so krass ausfällt, dass man schon von einem Pump and Dump reden kann, wobei der Dump im Moment noch ausbleibt. Wie gesagt, im Moment noch, das kann nächste Woche schon wieder anders aussehen. Außerdem hat selbst CoinMarketCap Zweifel. Das ist auch ein bisschen komisch auf jeden Fall. Und das erinnert für mich auch ein bisschen an die Videos, die ich zu Hashflair, Bitconnect oder Bitclub gemacht habe. Ja, wie gesagt, ganz so weit wie bei diesen drei Projekten würde ich nicht gehen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, am besten Finger weg davon. Es sei denn, ihr seid wirklich super überzeugt davon. Aber ja, ich kann das nur so sagen wie BTC Echo selbst. Do your own research hier. Steht hier am Ende drin. Und am Ende ist es tatsächlich eure Entscheidung. Ich kann es von meiner Seite aus auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich würde in das Projekt nicht mal investieren, wenn es 5 Cent kosten würde. Also so gering schätze ich aktuell auf jeden Fall den Wert ein. Denn es kann sein, wenn sie alles umsetzen, dass das Projekt auch durchaus ein Euro wert sein könnte. Aber im Moment auf gar keinen Fall. Deswegen Finger weg. Ja Leute, das war es weit mit dem Video. Für diesen Sonntag hat mich gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Jetzt würde mich wie immer auch eure Meinung zu dem Thema in den Kommentaren interessieren. Also wie schätzt ihr die Lage ein? Seht ihr das ähnlich wie ich? Oder sagt ihr, nee, ich habe da investiert und ich finde das Projekt auf jeden Fall total cool und sehr aussichtsreich. Wie ihr schon im Video festgestellt habt, ich sehe das so ein kleines bisschen anders. Ich denke der Großteil meiner Abonnenten wird es ähnlich sehen. Aber schreibt mir einfach gerne mal eure Meinung dazu, ob ihr mir zustimmt oder eben auch nicht. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Ansonsten freue ich mich auch über einen Daumen nach oben, über ein Abo, sofern ihr noch nicht mein Abonnent seid. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann Leute, ciao!